Hi, ich bin der Michi von Epic Minutes Productions und da in unserem Studio im Bergheim haben wir unser Walk of Fame mit Behind the Scenes Fotos und unsere coolsten Shootings. Das war unser Shoot bei Sonnenaufgang in Wien mit einem Espresso und Gebrüderweiß. Schaut euch das an. Musik Habt ihr den coolen Typen mit unserem Epic Minutes Espresso schon gesehen? Mit einem Daumen, einen Dietz Müller. Mit dem haben wir in München für die Bosch Driving App gefilmt. Musik aus der Anstalt, ey. Nächstes Lied. Das ist der Angeron-Bad da in Taiwan. Das schaut so cool aus. Das war wirklich ein cooles Projekt. Das Kini-Rally-Team kennt ihr ja schon. Das war ein richtiges Obenteuer hier in Griechenland. Musik 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 Natürlich dürfen wir die Jungs vom Easy Red Bull nicht vergessen. Heu im Winter wird es wieder heißer als Hockeysaison. Musik 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 Ha, und alles nicht vergieß. Natürlich machen wir immer noch das, was wir immer schon gemacht haben. Bike-Videos. Musik 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 Unser Wokka-Fan ist schon fast voll. Aber macht euch keine Sorgen, wir haben nur genug Platz für mehr. Musik 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 Musik